Willkommen in der Welt der Routmannsteiger. In der folgenden Präsentation zeigen wir Ihnen unsere Routmannsteiger T370 und T450 in verschiedenen Einsatzsituationen. Überzeugen Sie sich selbst von der hervorragenden technischen Ausstattung, des einfachen Handlings und der Flexibilität dieser LKW-Arbeitsbühnen. T370 und T450 sind Routmannsteiger in Perfektion. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Die leistungsstarken LKW-Arbeitsbühnen T370 und T450 haben eine Arbeitshöhe von 37 bzw. 45 Metern bei einer Fahrzeuggesamtlänge von nur ca. 8,80 m bzw. 9,90 m. Aufbaubar sind diese Steiger auf allen gängigen Trägerfahrzeugen der 18-Tonner-Klasse. Mit diesen Steiger-Originalen ist beispielsweise das Restaurieren von Fassaden oder das Erreichen von hohen Dachfiesten kein Problem. Trotz ihrer enormen Leistungsdaten bleiben beide Modelle kompakt, wendig und flexibel. Gerade bei Einsätzen unter beengten Bedingungen oder im Straßenverkehr ein unbedingtes Muss. Das Nonplusultra des T370 und T450 sind die herausragend beweglichen Auslegersysteme. Sie bestehen aus teleskopierbaren Ober- und Unterarmen sowie beweglichen Rüsseln. Somit erlauben diese Steiger einen flexiblen Einsatz an vielfältigen Objekten. Gab es früher Schwierigkeiten, Hindernisse wie z.B. Vordächer, Hallenvorbauten, Rohrleitungen etc. zu überwinden, um auch hinter Objekten arbeiten zu können, ist das mit dem T370 und T450 kein Problem mehr. Aufgrund des beweglichen Rüssels, der überaus großen Reichweite bis zu 30 Meter, sowie dem drehbaren und teleskopierbaren Korb können anfallende Arbeiten schnell und flexibel durchgeführt werden. Das besondere Highlight des T370 bzw. T450 ist die Möglichkeit unter Flur arbeiten zu können. Hierbei bleibt die Beweglichkeit des Rüssels kombiniert mit der Dreh- und Teleskopierbarkeit des Korbes voll erhalten. Über den enormen Korbdrehwinkel von 2x90 Grad ermöglicht er Ihnen auch problemloses Arbeiten an schwer zugänglichen Einsatzorten. Einfach, sicher und bequem können Sie mithilfe des T-Baureihen-typischen Bedienpuls, das mit einem großen Grafikdisplay ausgestattet ist, zur gewünschten Arbeitsstelle navigieren und somit die notwendigen Aufgaben schnell erledigen. Bei einer Arbeitshöhe von bis zu 45 Metern, gepaart mit der großen seitlichen Reichweite von bis zu 30 Metern, erreichen Sie einfach jedes Objekt im Handumdrehen. Die Routmannsteiger T370 und T450 können je nach Einsatzort voll variabel abgestützt werden. Problemlos können Sie so auch unter beengten Straßenverhältnissen arbeiten. Besonders vorteilhaft ist die Schnelligkeit, mit der die Stützen vor Ort aus- und eingefahren werden können. Sie sparen Zeit und somit Geld. Sehen Sie jetzt eine kurze Zusammenfassung der Profile des Routmannsteigers T370 und T450. Trotz ihrer enormen Leistungsdaten bleiben beide Steiger kompakt und wendig, da ihre Gesamtlängen nur 8,80 Meter bzw. 9,90 Meter und die Bauhöhen bei beiden nur 3,80 Meter beträgt. Die möglichen 18-Tonner-Trägerfahrzeuge mit einem Radstand ab 4,80 Meter lassen somit Einsätze auch unter beengenden Straßenverhältnissen zu. Die vier Stützen sind einzeln steuerbar. Sie können entweder vom Bedienpult im Korb oder von zusätzlichen zwei Steuerungen rechts und links am Fahrzeug bedient werden, wie natürlich auch jede andere Bewegung des Steigers. Jeder beliebig ausgewählten Abstützsituation wird automatisch eine der 45 Arbeitsbereichsvarianten zugeordnet. Der enorme Stützenhub sowie die zulässige Aufstellneigung von bis zu einem Grad ermöglicht das Aufstellen und Arbeiten beider Steiger auch an Hanglagen oder an unebenen Einsatzorten. Die extreme Beweglichkeit erlangen unsere Steiger unter anderem durch einen 500-Grad-Schwenkwinkel, des Gesamtsystems, 80 Grad Aufrechtwinkel des Auslegers, bis zu 28,5 Meter Unterarm-Teleskop-Ausschub, 180 Grad Drehwinkel des Oberarms, 13,5 Meter Oberarm-Teleskop-Ausschub, 1,80 Meter Rüssellänge und 180 Grad Drehwinkel des Rüssels. Ein weiteres Novum unserer Steiger- und Zeichen ausgefeilter Ruttmann-Technik ist der serienmäßig teleskopierbare und überaus bewegliche Aluminium-Arbeitskorb. Er kann, je nach Bedarf, von 2,30 Meter auf 3,60 Meter ausgefahren werden. So können Sie spielend beispielsweise an Fassaden, in Bäumen und an Rohrleitungen navigieren. Die Arbeitskorblast beträgt 500 Kilogramm. Der Arbeitskorb kann bequem vom Erdboden betreten und beladen werden. Wie Sie sehen, auch hier sorgt Ruttmann dafür, dass sie bei Reparatur- und Montagearbeiten bestens ausgestattet sind. Im Arbeitskorb befindet sich das T-Baurein-typische Bedienpult mit einem großen Grafikdisplay für die Anzeige von Informations- und Diagnosewerten, welches den vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten des Steigers angepasst wurde. Sie sehen, die Original-Ruttmann-Steiger lassen keine Wünsche offen. Sicherheit, Flexibilität und langjährige Zuverlässigkeit bei Ruttmann-Steigern einfach ein Muss. Sie möchten noch mehr über das Leistungsspektrum unserer Steiger erfahren? Sprechen Sie uns doch an oder vereinbaren Sie direkt einen Vorführtermin. Wir freuen uns auf Sie. Ihr Ruttmann-Team Das ist ein Ruttmann-Steiger. Untertitelung des ZDF, 2020